Die Gruppe Künstler in Hude eröffnet am Freitag in Delmenhorst im Gartenhaus ihre neue Ausstellung. Das Thema Recycling. Mit Gemälden, Skulpturen und Collagen zeigen die Künstler, was für sie Recycling ist. Bei der Eröffnung wird sogar ein Musiker anwesend sein, der eigene Kompositionen auseinandergenommen und dann neu zusammengesetzt hat. Sozusagen recycelte Musik. Insgesamt arbeitete die Künstlergruppe anderthalb Jahre lang an der nun bevorstehenden Ausstellung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017